moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 4 und herzlich willkommen zu gta 5 online mit lauer ja lauer 9 genau und ist sogar noch jemand im live stream glaube ich dann will ich glaube ich der das sieht jetzt gerade nicht aber das kann ich sage auch willkommen zu meinem video ja das ist jetzt mein erstes video live stream und gleich noch youtube video alles zusammen er macht youtube alles alles mögliche zu sein mache ich mache youtube video noch leichter der zocker hat alles eingerichtet jetzt mal gespannt was er vor hat ja ich weiß es doch selber nicht ich bin doch immer so planlos ich mache einfach so ich steige einfach mal mal ein auto ein hier in dieses krakenteil da ja ich fahre mal mit so legen wir mal los und wie findest du gta 5 lauer ja ich habe es heute zum ersten mal gespielt ja dann muss ich mal gespielt und das ego perspektive die die ja die schon geil ok da sieht man einfach anders ok du kannst ein bisschen schwieriger zum autofahren alles aber ja er muss einfach viel genialer auf der playstation 4 ja und bessere grafik alles mögliche ja das auf jeden fall recht besonders die regen effekte und diese windgeräusche nach einfach alles das gras zum beispiel einfach absoluter hammer klar der online modus ist ein bisschen untergeschraubt von der grafik das merke nicht sofort ja ich habe bis jetzt nur online modus gespielt ich um gott dann wird ja und das muss kriegen wenn du ein single player spielt weil das ist also single player ist das erste was ich gesagt habe kommt kommen wir kommen wir laufen muss ja das auto ist das du ja was muss ich dass das die kam da ich ja mph anzeige in jedem auto ja genau mein pro stunde ja und die kamer sind es ungefähr mal 1,6 das weiß ich nicht ganz genau aber eine extra nachgeschaut ja also ich weiß es echt nicht 100 miles pro hauer sind 160 kmh ungefährlich nicht schlecht so kann man hier irgendwie hoch ich weiß nicht mit goldschläger den jungen zocker schlagen ja weiter ich lass dich leben wir müssen irgendwie hier hoch kommen moment rückwärts rolle geht so wie geht es rückwärts rolle oh warte das weiß ich nicht aber was ja genau viereck waffe also ziel nach vorne und dann drückt viereck und dann auch zurück also waffe anvisieren so irgendwo also r2 drücken wenn der l2 l2 nach rückwärts also rückwärts laufen und dann viereck ja stimmt da bist du klappt kommen wir steigen auf dem motorrad willst du fahren ja ich fahre jura fahr mal lauer 9 also geschaut dann immer bei meinem youtube channel und beim youtube channel vom junge zocker vorbei ja ich bin drauf macht jetzt ab jetzt machen wir immer wieder gemeinsam videos und mal schauen was dabei rauskommt ja schon mal recht wirst du mir könntet ja echt mal so die challenge machen so challenge was meinst du ja eigentlich schlägt das vor was man wettbewerb und wohin fahren als erster und dann ja das ist die challenge joo kann man auf jeden fall mal machen dann regeln regeln vorlegen hm ja auf jeden fall kann man auf jeden fall machen das wäre richtig lässig scheiße mitten im gras hier ich sehe hier gar nicht mehr wo bist du denn ich bin im baum und kann mein motorrad nicht er im traum steigert wo immer da ist ein paar sand ich vermute zwei link auf der gleiche vier gibt es jetzt noch übelst viele glitzes ja für die gd hat bestimmt wieder ja die muss man nur finden mama morgen schauen und kommen die polizisten schon ja mein motorrad stellen wir kämpfen kämpfen gegen die bullen ich habe noch eine handgranate die werden sich wundern pampgang action ok lass ihn aber ja dass ihn erst kommen dass ihn erst kommen aber geile ist auch so es sieht aus wie bei call of duty er geht da heißt einfach alles call of duty und dann der simulator ja alles mögliche alles drin autosimulator ja bitte besonders wasser geht ja nicht ja ich weiß es selbst nicht es wird ja immer größer es kommt ja immer mehr dazu ah nein nein die mama mia hier ich ebenfalls äh man so wir nehmen wir wieder die billigknarre hier oh oh die ist besonders geil besonders natürlich alles da sohn ich muss erst mal ein waffen shop mir überhaupt geile waffen kaufen ich habe gar keine billigknarre die billigknarre sieht also richtig geil aus in first person war ja ich glaube mir jetzt erst mal ein polizeiauto ja das sieht das sieht in first person auch richtig geil aus wer geht ja auf playstation 4 ist auch dass die kontrolle zur wenn polizei dich jagt ja leuchten also die polizeistamme ja ja blau rot leuchten sie jetzt ich bin tot nein ja okay ja wenn du das auch wenn du das youtube video beende ist nur einmal auf dem share button drücken nicht zweimal oder so weil sonst ist das video weg das habe ich auch schon schmerzlich erfahren habe zweimal drauf gedrückt und plötzlich war es weg aber muss nur einmal und dann muss man noch auf auf 4 klicken schleichen hier ist mache ich da gar nicht ich lasse sofort auf dem typ weil ich komme ja ich spreche komm mal rein hier so ja da bin ich drin aber sag mal den neuen waffen aus ich dann sehe soll ich erst mehr ja ja aber ich fahr jetzt nur noch in ego perspektive dass ich ja dann wird es lernen und dann immer besser fahren kann ja macht das auf jeden fall so ich weiß gar nicht wie lange habe ich schon aufgenommen ja auf jeden fall hat es mir spaß gemacht diese kleine runde mit dir lauer willst du noch irgendwas sagen ja ich mit dir auch also das war es auch von meinem ersten youtube video meinem ersten let's play ok ja wenn es euch gefallen hat lassen like da und bewertet es dann ok ok also bis dann ciao euer lauer 9 und euer youtube gamescom auf der playstation 4 genau ciao ja 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 und ja